Hallo, ich stelle mich vor, ich bin also Jufel Marschid, auf Deutsch man beginnt Vorname, dann Name. Also ich bin Marschid Jufel, ich bin Deutschlehrer von Beruf. Ich habe Master 2 abgeschlossen aus Universität Oran 2, Spezialität Didaktik der deutschen Sprache. Meine Muttersprache ist Arabisch, ich spreche auch Französisch und Englisch. Was brauchen wir jetzt? Ist nicht so schwer, ist nicht so schwer, nur radikal. My name is Marschid Jufel, ich bin Ausstahel von Llehrer von der 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 Llehrer Bis zum nächsten Mal.